Joho, Digga, Geometri-Dash, nach sieben Monaten, auch wieder mit dem Lukas hier, Digga, jetzt erst mal hier, Intro, yeah. So, sind wir wieder, Geometri-Dash, hier ist die Katze, warte, Lukas, du siehst alles, oder? Ja. Okay, perfekt. Ich bleibe alles gut. Also, in den sieben Jahren hat sich natürlich viel geändert von meinem Können her. Letztes Mal haben wir hier die Level gemacht und mittlerweile sind wir jetzt hier, aber das interessiert ja eigentlich niemanden. Wir machen heute das tägliche Level erst mal, noch nie gespielt, er hat auch keinen Song einfach, keine Ahnung, ich muss mal reingucken, weil irgendwie das Level glaube ich einfach kaputt. Ich glaube, wir müssen was an, oh, da ist er, wir haben einen Song gefunden, der ist 0,00 Megabyte groß, kranker Scheiß. Okay, ähm, Lukas, hast du irgendwas zu erzählen über das römische, ähm, Reich? Da ist ein Spikes. Nicht über das römische Reich, aber ich esse kein Brot mit frisch g's und Salat. Ist der Salat auf dem Brot? Ja, das ist ein Sandwich, aber ist aber, ich sagst du, wo ist das Salat? Das ist heftig, aber... Warte, okay, egal, ich hinterfrag's auch nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall eine sehr melodische Stelle und ich gehe mich nicht umbringen. Ähm, naja. Sieben Monate, so mein Gott. Ich glaube, ich habe jetzt in der letzten Zeit, in den sieben Monaten ungefähr, ähm, meine Spielzeit verdoppelt. Vor allem in den letzten, in dem letzten Monat. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinbekommen habe, so viel Game of the Dash zu spielen. Naja. Absolut. Demnächst kommt ja auch das große neue Update raus. Da werden dann auch nochmal neue Videos zukommen, hoffentlich. Wenn ich Lust drauf hab, natürlich. Die treuen Fans wissen Bescheid. Die wissen nämlich gar nichts, weil ich gebe gar nichts von mir. Auf jeden Fall. Ich bin wieder verreckt. Ähm, Level ist scheiße. Daumen nach unten. Geht euch umbringen, wie auch immer das gemacht hat. Nur Spaß. So. Ähm, wir machen dieses Medium Demon Level. Kein Bock jetzt. Dicke. Ähm. Naja. Schreibt mal in den Kommentaren, wie groß eure letzte Kackwurst war. Danke. Hast du noch Fragen an die Kommentarsektion? Nee, eigentlich. Was? Nein. Achso, okay. Ähm. Ich wollte noch irgendwas sagen. Stimmt. Ich habe gerade vorhin bemerkt, dass meine Videos irgendwie richtig viel aufhören. Ich weiß nicht, ob die Leute einfach das 80 Mal am Tag gucken oder so. Aber, äh, danke. Das heißt nicht, dass ich mehr Videos mache, aber... Scheiße. Äh, heißt nicht, dass ich mehr Videos mache. Aber, ähm... Naja. Ich muss jetzt wieder in den Beatbox-Modus gehen, weil sonst ist kein authentisches, äh... Fuckin' Game-Media-Video. Äh, weh, 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 weh. Hast du dieses Level so sehr? Ich, 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 ich hasse dieses Level einfach so sehr. Bumba, bumm. Lukas, was sagen die überhaupt? Ich, 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 frag mich das wirklich. Sagt der wirklich, äh, Bumba? Ich, ich, ich höre Bumba. Ich glaube, wir sind einfach zu tief in League of Legends Kragas drin. Bumba. Bumba. Boah, Alter, ich kann so dem Song nichts sagen. Wuhu. Ich bin scheiß Affe, Junge. Alter, was soll man tun? Boah. 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 Oh, Leute! Was hältst du von Kong-Sturm? Hä? Was hältst du von Kong-Sturm? Digga, dieser Billig-Energy. Mhm. Digga, ist meine Peni... Weiß ich, ist voll scheiße. Eigentlich. Also, wirklich. Ja, das möchte ich. So, wir machen... Scheiße, aber... Warte, hier... Sch-Sh-Sh. Uuuu. Ein grainer Furz-Shard. Okay, warte, hab ich irgend... Digga, das kann ich ab... Den jetzt wirklich halten. Okay, hier können wir noch zwei aufmachen. Oh, ein Furz-Sh. Und keinell, eine Sonnenenergie. Uuuu. Zwei blaue. Die hätte ich von einem Tag gebraucht, oder so. Jetzt noch die hier. Und eine Lilana. Und noch mal Lilla. Sagen wir mal so schön, ne? Ähm, naja, was ist denn in den letzten sieben Monaten bei dir so passiert, Lukas? Überleg mal. Fick dich. Es ist so spannend, das passiert bei mir. Doch, da ist bestimmt irgendwas passiert. Du schwänzt die ganze Zeit. Ich hoffe, dein Lehrer sieht das. Bum-pa 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 bum-pa. Scheiße. Ja, aber das ist jetzt nichts neues. Liege, wissen die Bescheid. Wer? die bescheid der lehrer dazu naja ein paar lehrer schon das sind die chill mit dir ich kann nicht raus ich muss kurz ein bisschen lauter machen das level ist echt voll arsch leute ich glaube ich habe das level sogar ich bin letztens zwei prozent gestorben oder so wenn ich ganz ehrlich bin ich keinen bock mehr auf das level oder warte ist irgendwas spannendes passiert in den sieben monaten ja du hast eine freundin, hast Schluss gemacht, hast wieder eine neue freundin ich habe nicht mal eine weibliche Person mit der ich rede wie Dana heute meinte incel hat sich sehr schön gesagt ich widme diesem dieses video zu ähm da der hecht ja ja ich brauche hässlere icons glaube ich dass ich es hinbekomme nimm den Arschloch ähm scheiße äh bah junge dinge okay sieht eigentlich sogar plausibel aus ja das ist kacke digga dann brauche ich oh eh so ja die Katze bisschen ah der scheißerfresser viele leute die nicht wissen Monster Hunter ich habe eine Katze da keine ahnung so ein scheißspiel und da der ist scheißerfresser ja das war es auch eigentlich schon wieder oder er ist richtig ekelhaft der Affe muss sein dann Regenbogen ja ja passt okay noch ein Versuch und dann mache ich das Video aus weil ich habe gar keinen Bock mehr ich mache das echt nur um zu sagen dass ich besser geworden bin Digga meine Güle ich wusste gar nicht dass ich so hässlich sein kann ich schaffe es auch immer wieder ehrlich ich muss mal gleich noch mache gleich mal eine Pause kurz und zeige euch dann ich habe kein Bild von meinem Monster Hunter Charakter oder vielleicht da ist nicht so ein bisschen ich habe mir jetzt noch ein Spielschirm im nachhinein einbauen und so Was? Karl, du weißt, wer du bist. Halt dir einfach irgendeine scheiß Windows-Software runter und füge das kurz ein. Sehe ich so aus? Dinger, ich bin 16. Kann mir sowas nicht leisten. Ich bin 15. Sieht aus wie 32, Junge. Hier im Bild von Lukas. Nee. Schade. Dafür würde ich wieder Electric Software holen. So, Leute. Ich habe jetzt noch ein kleines Event für uns. Und zwar, ich mache kurz einmal eine Pause. Warte. Schnitt, Schnitt, Schnitt. So, da sind wir auch schon wieder. Ich mache kurz vielleicht noch Musik an. Ganz süß. Ich hoffe, jetzt kommt nichts Komisches. So, wie machen wir jetzt? Wir kommen nur auf 6 Flames. Oh ja, das ist heftig. Steig um auf das neue Windows-8 Pro. Mit KI-gestützten Fotofunktionen. So, wir machen jetzt. Ich höre das. Ich höre das nicht. Flennig, Junge. Warte. Ich muss kurz dem kleinen Lukas sein Futter geben. Ich habe nicht mal verlangt, dass das Wort. Sie haben einfach nur gesagt, dass ich nicht höre. So, wir machen uns jetzt unsere eigenen Geomete-Dash-Icons. Und der liebe Lukas fängt jetzt an. Wie, ich vergang. Dann... Dann soll ich mal reden. Nein, nein. Ich mache dir jetzt nur Geomete-Dash-Icon. Wie soll das aussehen? Keine Ahnung. Ich glaube, das war Lexis. Wir machen jetzt erstmal den Würfel hier. Oder welche Farbe soll der Würfel haben? Ähm, Beige. Digga, was habe ich mit dir? Beige? Geile Farbe. Ist das Beige? Ja. Hier. Ja. Du sollst ein richtig menschliches Gesicht drauf klatschen. Gute mit einfach... ...fotorealistischen Augen so drauf. Daumen und den Pinkie Finger raussliden. Ja. Digga, wir machen ein Video hier. Ja. Digga, Johnny. Das ist Johnny. Das erste Mal in meinem Video. Ja. Ähm, liebe Grüße an Tees Mama. Naja. Digga, halt hier so krass. Kommt das auch irgendwann mal raus eigentlich? Nee. Das hier? Digga? Ja. Digga. Boah. Zweite Reihe 6, das sieht so geil aus. 1, 2, 3. 3, 3. 3, 3. Digga. Da ist es. Digga. Da ist es. Ähm, das abzukühlen. Achoo. Achoo. Diese Roblox. Also meinst du dieser... Meinst du von... Meinst du von dem her? Ja. Ja. Dann haben wir jetzt von zweite Reihe 3. Ganz sicher nicht. Er sieht aus wie so'n Spore-Charakter, what the fuck. Kannst du mich noch mal zurück gehen? Kannst du mich einfach zurück gehen? Und bis nach unten noch, stretch bis hin noch. Mir ist perfekt so. Dann musst du nach unten stretchen, believe. Ich kann nicht stretchen. Wie, du kannst nicht stretchen? Hörs Arsch. Mach einfach. Das ist halt grad, das geht nicht. Egal, so lass uns nicht stretchen. Was noch? Er braucht ne Nase, hä? Ja, so ne Fotografen ist durch ne Nase. Da hast du dann. Snod. Digga, wer ist er? Jetzt, das rief so ne Gitarren. Digga, ich das geht im Kindergarten, aber ehrlich. Ja, wirklich, das ist ganz schlimm. Digga, freu dich auf die Winterzeit hier. Du wirst schon mal krank sein. Bin ich jetzt schon. Ja, das wird schlimmer noch. Ich muss noch umfärben die Nase. Nee, ist besser so. Stimmt. Das sieht so aus, Obe, das fack mich so ab. Ja, ich bin ja, ich arbeite dran, okay? Oh, kleiner. Ohne Nase sieht so viel besser aus. Du musst die Transition Swimmer machen. Warte, ich muss erst mit die Augen, Augen da machen. Ach, die Kanten. Ach, die Kanten sind besser. Und die Weichheit ganz hoch. Bisschen größer. Noch größer. Mach's so richtig groß? Und dann tipp einmal oben auf die Stirn. Oh, ja, ja, das ist gut, das ist gut. So, da ist der Rotzlöffel. Was fehlt noch irgendwas? Ich erinnere mich an Akio. Akio? Ich fahre zu Akio, das wohl viel wird auch. Ich glaube, das ist jetzt erstmal. Lukas, denn der Wüffel braucht noch eine Outline. Welche Farbe soll die Outline haben? Ne, weiß und ne schwarze noch da rausnehmen. Zwei Stück. Nein. Belief. Ähm. Popo. Digga, was passiert hier? Ich bin kein Adblocker. Ich werde von YouTube gebannt. Digga, kann ich zeichnen, bitte? Klar warst du. Weil ich bin dann richtig langsam mit Adblocker. Was soll die Outline sein? Erst weiß und dann schwarz, bitte. Ne, nur eine. Was heißt Popo? Na mal zwei. Purpur. Purpur. Sieht schlecht aus. Was ist Purpur nochmal? Irgendwie so? Das soll ja auch schlecht aussehen. So? Ist es Purpur? Ich finde Purpur ist für mich aber auf sich ein... Hä? Es ist dunkler und bisschen mehr Richtung Blau für mich persönlich. Digga, ich habe jetzt einen riesigen weißen Würfel erschaffen. Ich weiß gar nicht, wie ich zu filmen... Ne, ich mache jetzt aber den hier. Fick dich. Ja, passt schon. Digga, was passiert hier? Ja, du bist doch schlecht hier. Digga, was ist passiert? Digga, mach deinen Hut an. Digga, warum leckt es so? Was passiert denn hier? Digga, was passiert hier? Digga, mach den weg, du bist so. Digga, was? Digga, was? So. Nicht weiß. Nein. Nein. Okay, was? Welche Farbe? Purpur. Was? Was ist das hier? Ne, das ist... Was ist Purpur? Purpur. Ja. Irgendwas davon ist es jetzt? Ich mache... Digga, die soll sich entscheiden, was... Du bist doch ein braver Bursche, oder? Ja. Okay, Johnny, jetzt machen wir deinen Würfel. Was soll deiner sein? Warte. Die... Die Leute warten! Warte kurz. Okay, dann mache ich so lange meinen. Okay. Was soll ich... Meine geht schnell, sobald ich dein Bild schicke. Okay. Äh, wir machen... Digga, ich hasse diese... Wehe. Okay, alles gut. Also ich mache kurz einmal einen Bass-Hintergrund, das... Ich will malen! Wir nehmen die... Wir nehmen die... Meine ist fertig, dir. Wir schicken dir. Hast du denn Würfel jetzt selber gemacht? Mhm. Was ist jetzt passiert? Okay, es ist so wirst... Es ist irgendwie... Beginne zu! Ja, die Software schwindet gerade so an! Okay, hör auf damit! Wieso Discord? Liste über Liste? Ja, was machst du dir? Jetzt hab ich's gelöscht! Was machst du dir? Fühlt ja so mit Kyungs-Ding an, oder? Okay, Tony, hat mir einen Würfel geschickt? Einfach den auf den Würfel klatschen! Oder ist das alles? Das ist der Würfel! Okay. Ich bin echt gespannt! Und ... Ja, das wieder wär'- Warum du dran bist? Digga, hier ist Leere! Auch Stundhof ist nicht gemacht! Ich mach gar nichts! Digga, was passiert hier! Digga, was passiert hier?! Ich glaube, wir müssen das Video abstraben wegen technischen Fisch! Na, wir müssen das Video abbrechen wegen technischen Fisch! Verflüssigen Logisches Heyho Liebe Krasse an die Logo-Army Man hört sich So, warte mal Wir machen jetzt noch kein Ende Wir machen erstmal die Bildschirmaufnahme So Wir gehen jetzt auf Paint Warte, ich ändere kurz einmal die Szene für euch Paint-Hidee Sorry, man sieht kurz unseren Discord-Chat, Johnny Das ist jetzt ganz wild eigentlich Oh, da sieht man unsere Nachrichten Die Sex-Nachrichten Oder wie So, wir bauen jetzt hier ein schönes Game-A-Di-Death-Level Man kommt hier schön lecker Schmuckofat rein Muss dann einmal springen Ähm Spike Äh, und hier So Mit dem Orb hier Da ist unser Special Guest Digga Okay, Lukas, sing was vor Nee Auferstanden Aus Ruinen Weiter Mal verneu Alter YouTube-Shots Ja, okay Das geschmeichert werden Die Augen machen mir so viel besser Dann muss ich halt hier speichern Nee, hier Nee, hier Okay Ciao, Leute Das war's Ciao, Logang Ciao, die T-Gang Ciao, Kakao Yo